Hey Leute, willkommen zurück zu Alan Wake, The Rider. Ja, ich würde sagen, wir setzen das Spiel einfach nicht fort. Moment, wir gehen auf Folgen. Müssen wir leider nochmal. Und ich würde sagen, wir spielen der Schriftsteller, also The Rider. Ja, das Signal war ja leider nicht so gut, finde ich. Jetzt, ich war sehr enttäuscht von diesem Abschnitt, von diesem Folge 6 Kapitel Dingens. Jetzt machen wir aber Folge 8. Ja, jetzt sehen wir, was geschehen ist. Es ist nicht ein Meer, es ist ein Ocean. Nachdem ich meine Frau von der mysteriösten, dunklen Presence, ich habe mich in die dunklen Pläne gefunden. Imagination kann hier sein, was der Schriftsteller hier sein. Ein Wunderschönen Welt, das ist irgendwo über die Shores unserer eigenen Wunderschönen. Wir sind diejenigen, die all das zu tun haben. Juste machen, was Zayn sagt. Follow the Signal. Ist alles wirklich aus meinem Kopf? Die dunklen Pläne trifft auf dich. Ich habe meinen Weg über die Schriftsteller, in der Schriftsteller in der Schriftsteller, versucht zu erreichen Thomas Zayn. Du bist in deinem Wunderschönen, du bist noch weitergegangen. Ja, Special Feature 2, der Schriftsteller. Schönen Sie, was ich meine? Schönen Sie, Schönen Sie? Schönen Sie? Schönen Sie, Schönen Sie? Ich denke, ich bin auf der Seite befunden. Du musst deinen Weg raus finden. Ich warte. Juste erinnern, du bist noch in der dunklen Pläne. Du weißt das, oder? Ich will dich nicht aufmerken, aber es ist Sink- oder Swimm-Zeit. Schön. Schwimmen oder Untergehen. Ja, Alan. Zeit, weiter gegen deinen eigenen inneren Wahnsinn anzukämpfen, würde ich sagen. Mast drehen, na, okay. Krümel. Also wir müssen wohl wieder diese Worte anstrahlen, die schon in... Kann ich das irgendwie nicht verlängern? Okay, also da ist Maximum, da geht es weiter. So, haha, haha. Ja, ich habe das Licht zum Schwingen bringen müssen. Ja, wie gesagt, in The Signal war mir viel zu viel Action, habt ihr ja mitbekommen. Ich habe leider recht viel gemeckert daran. Also aus meiner Sicht zumindest zu Recht, denn, äh, ich will ja was von der Story mitkriegen und im Endeffekt war das für mich so ein billiger Abklatsch. Na, wie gesagt, ähm, wir können ja als PC-Besitzer froh sein, und ich spreche jetzt für alle, die das Spiel spielen, dass wir die Dinger kostenlos mit dazugekriegt haben, zum ganz moderaten Preis. Aber ich stelle euch mal vor, als Xbox-Besitzer damals, als Exklusivspieler sozusagen, das war 2009, glaube ich, ja, müsste, oder? Ja. Habt ihr das Spiel bekommen und habt dann für Geld, für gutes Geld, noch diese DLC nachkaufen können. Diesen The Signal DLC. Und habt dann da so ein halbgares Ding bekommen, das einfach nur für mich jetzt so aussah, als wäre es mal schnell zusammengeschustert worden. Überraschung. Und im Endeffekt haben sie es sich schön einfach gemacht, weil sie einfach nur ganz viele Action-Einlagen benutzt haben und kaum Story eingebracht haben. Und gerade wenn man die Hauptstory gespielt hat und kennengelernt hat, die wirklich, wirklich gut war, dann wollte man ja unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber irgendwie war im Endeffekt nur ganz zum Schluss, Klettern, ein ganz kurzer Ansatz dessen, was man eigentlich haben wollte. Ganz kleines bisschen Story, bitte ich zumindest. Also mir war es viel zu wenig, ehrlich gesagt. Aber deswegen bin ich ja froh, dass ich das hier jetzt noch direkt im Anschluss spiele. Und ich bin mal ganz unvoreingenommen. Weil noch ist ja nicht wirklich viel mit Action. Und ich hoffe, das wird sich auch nicht ändern. Weil sowas hier finde ich okay. Ich wollte es gerade sagen, ja, das ist einem dasselbe wahrscheinlich. Die Dunkelheit in deinem Kopf, darin versinkst du gerade, was auch gleichzeitig deinen Wahnsinn darstellt. Pumpen. Diese Statue kenne ich doch, die stand doch da im Park vor der Kirche. Ja, Lightfalls. Pumpgun, jawohl. Das ist schön. Ja, es gibt ja noch ein DLC mittlerweile für die Xbox American Nightmare, aber ich weiß nicht, ich habe nicht so viel darüber gelesen. Weil vielleicht kommt es ja irgendwann doch noch für PC. Das werde ich mir wahrscheinlich dann auch noch reinziehen, denke ich. Oh, jetzt bin ich wieder in diesem Hacken-Labyrinth, ja, ja. Aber das ist wohl mehr so ein Spin-Off. Das heißt, die Story ist wohl hoffentlich hier abgeschlossen, nachdem ich hier durch bin. Oh, Nightsprings Videospiel. Ach, hier gibt es die Videospiele. Okay, vorher waren es die Wecker in The Signal. Und davor in Alan Wake im Hauptspiel waren es ja die Manuskriptseiten. Gut, dann habe ich jetzt auch wieder hier Collectibles. Ich werde wahrscheinlich eh nicht alle finden. Ich glaube, in The Signal habe ich drei oder vier gefunden, also total wenig. Ah, da ist Barry. Hey, nice job, Al. So, you really are nuts, huh? Let's face it, we always knew this was coming. I guess, but I actually feel pretty rational. All things considered. Crazy people don't know they're crazy. That's where they're crazy. Hey, check out the light show behind the lodge. That's Zanes light. Yeah, you're done sinking now. That means he's just about caught up with you. You better go and talk to him. Warte mal, ist da wieder die Bühne von den Old Guards of Asgard? Wie geil. Das fand ich das Beste, wirklich das aller, aller Beste. Die beste Szene aus Alan Wake im Hauptspiel. Dieses Rockkonzert. Also, ja, dieses aufgezeichnete Konzert, wo eben die Musik anging. Und ich habe mich dann gegen die ganzen Gegner wehren müssen. Das fand ich eine Actionsequenz, die ist vertretbar. Die war super genial gemacht. Sie war sehr unterhaltsam. Und die Action hat auch gestimmt. Hat mich so ein bisschen an Left 4 Dead 2 erinnert mit dem Rockkonzert. Das finde ich übrigens auch sehr geil. Oh, ne, bitte nicht. Nein. Okay, aber mal gucken. Vielleicht haben sie das ja auch cool gemacht. Ja, aber die Musik hat sich trotzdem schön verscheuert an. War das Barry? Nein, das war nicht Barry. Oh, no, 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 no. Geh weg von mir. Ouch. Oh, Mann. Brenn mir doch hinterher mit deinem Scheißmesser. Jetzt geht's schon wieder los. Wie im Signal. Au. Ich renn halt genau rein, ne? Genau rein rennig. Und jetzt sterb ich gleich. Höchstwahrscheinlich. Au. Au. Weg mit dir. Ah, Mann. Geht doch. Bitte weg. Weg mit euch. So, nachladen. Musik skriegt und boomt around Wake, as the monsters attacked. Monsters, das, ah, das sieht mir aus wie, Dingensier, Poltergeister wieder. Na, kommt schon, hier Penner so. Wer weg? Ja, vielleicht hält die das Bid, das ist zumindest ein bisschen auf. Alter, ich hab auch keine Leuchtfackeln oder sowas, ne? Natürlich nicht. Oh, es klappt wieder ganz gut. Ich komm wieder rein. Ja, ja, ja. Aua, ha, ha, ha. Komm auf, ich bin gleich schon wieder tot. Au. Mann, aber was dir auch abziehen, das ist abartig. Ich spiel's auf normal. Ja, bitte. Ich will nicht wissen, wie es auf. Was ist ein Feuerwerk hier? Ja, ich will nicht wissen, wie es sagt mir das. Warte, bleib die alten Gäste, die spielen. Musik kam alles falsch. Sie hat die Hörer. Sie hat die Hörer. Ja, auch Mann, warum ist die Sequenz, wenn wir wieder so weit vorne anfangen? Na, ja, warte mal, das ist die erste Kampfsequenz, vielleicht wird es ja noch besser. Aber das wird auch schlimmer, mal sehen. So, gehen wir erstmal hier hin. Dann locken die mal da alle rein, die Penner so. Wir müssen die Musik so verstümmeln, das finde ich schade. Die war so gut. Aua. Ich weiche dir halt aus, du Kerle. Aber trotzdem. Ja, 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 das weiß ich schon. Ja, lass mich doch nicht so ein bisschen Munition holen, schnell. Nein. Wie schön, Munition. Oh, no, 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 no. Okay. Aua. Kommt schon, ihr. Schweiner. Bam, bam. So. Wann hält denn das Feuerwerk, sag mal? Die nehmen ja auch immer ihren Scheiß an. Schmeißen. Verdammt nochmal. Hör mal auf, so ein Mist zu sagen. Das ist alles in deinem Kopf, du Arsch. Hey, isn't it kind of ironic that you're a writer and you're threatened by your own imagination? Ja, ich wollte es kurz sagen, Barry. Ich bin jetzt auch sehr aeronisch. Wie lange hält denn das Feuerwerk eigentlich bitte? Uah. Ah. Ah. So, jetzt ist es aber genug. Ich hab keine Lust mehr. Aua, wow. Durch sowas wurde James Hetfield mal böse verbrannt. Durch solche Magnesium-Explosionen war es, glaube ich. Das war eben auch so eine Geschichte. Das war sehr knapp. Ich stand direkt vor diesen Fackeln, als sie losgingen. Aua. Aua. Au. 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 Die mussten noch... Metallica musste dann, glaube ich, sogar eine ganze Tour oder mehrere Touren absagen deswegen. Ah. Böse Geschichte. Ich mag Metallica. So. Aufladen. Mach mal eben. Batterien, Batterien, Batterien. Ah, ja. Das ist schön. Okay. Ich bin wirklich mal gespannt, was da noch kommt, weil ich hab keinen Bock auf 10 Millionen Action-Sequenzen. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Ah. Ah. Okay, da ist nix. Da muss ich wohl doch hier rein. Durch die zerstörte Tür. Man ist das aber auch dunkel hier. Dammit. Aufladen. Batterien. Gib mir Batterien. Dankeschön. Ah. Okay. Zane. Ah. Poltergeister. Woah. See, Al? This is classic you. Always making things complicated. This is just a memory. Even your memories are complicated. Yeah. Zane kommt. Ah. Yeah. So, I guess you're gonna need to talk to Zane out there, now that he's actually here. I'm just gonna, you know, let you non-imaginary people talk in peace. You're not coming? Nah. I was a crutch, you know. Hey, you're moving up in the world, buddy. Zane. You have done well, Alan. Now I can accompany you. You're trapped in your own dream. You must wake yourself up, but first, you have to reach yourself. The cabin. Yes, my cabin. It will not be easy. Your previous work can help you. I still have some pages of your manuscript left. Words like that have power here. Alan, I can only give you the tools you need. ... ... ... ... ... ... Du musst ihn benutzen. und mein Haus es ist sehr gut ich kann die Regie und er hat die Lärmung bei Klinik in der Karte der Dörpersons mit Schuhe lassen können durch die Sitzung selbst die Pulsierwein der Hard control das ist ein von den Wurzeln für ihn na gut da wird logisch Ich glaub, kannst du eigentlich auch... Ich dachte, er kann nur Rationales irgendwie... Naja, dann halt nicht... Aber schwebende Felsen sind ja auch rational, ne? Das muss man halt nur der richtigen Überzeugung denken. Ich glaub, geht das. Okay, das ist anders. Ich wollt's grad sagen, Al. Die Boje schmelzen. Was passiert jetzt? Ach ja. Das war wohl gleichzeitig auch ein Anker. Hä? Ich war glüchelig, dass ein Zayn dort bei mir mit mir in diesem Ort hatte. Eine Hütte. Als ich am Leuchtturm bin, da brauch ich nur ein ganzes Weilchen. Oh, ich hätte es gewusst. Was? Alles? Sind wir schon zu Hause? Was ist denn hier los? Jetzt dreht sich alles. Ich stelle mich immer am besten da an, wo mir nichts auf den Kopf fällt. Was passiert denn mit der Hütte hier? Fangen wir jetzt raus. Raus, oh, hier hoch. Hängt das Ding halt mal an sich, auf den Kopf zu stellen. Der Sturm war gekommen. Bitte nicht der Sturm wieder. Ich dachte, das war eine Brücke. Das war aber eben eine Kabelrolle. Das ist doch keine Brücke, was ihr mir davor setzt. Soll ich da etwa jetzt überspringen oder was? Seid ihr wahnsinnig? Okay, machen wir das doch mal. Ich bin ja wahnsinnig. Einen Kuss. Okay, noch mehr. Wo geht es denn hier weiter? Da. Weg. Weg, Weg. Jawohl. Da springe ich jetzt einfach rüber, oder wie? Ja, ist eine gute Idee. Noch ein Weg. Was ist denn hier? Okay. Hoppala. War das jetzt richtig? Ach, da oben wär's... Ne, da wär ich jetzt nicht drauf gesprungen. Nicht so gerne, aber ich denk mal, da muss ich jetzt... Alter. Pams. Großer Typ mit einer Pickaxe. So. Mit einer Pickaxe. Was heißt das auf Deutsch? Eine Hacke. Ja, das können sie wohl. Wechseln immer die Waffe. Aber die Waffe, das wollte ich gar nicht. Oh ja, jetzt komm ich hier hoch. Das hab ich mir gedacht. Äh, aha. Schaff ich das? Schaff ich das? Das war knapp. Ja, kommt ja dann mal den Waggon hoch. Das ist jetzt so ein bisschen uncharted. Okay, aber ich muss sagen, ich finde das deutlich cooler als die Action-Sequenzen in Signal. Denn die waren einfach nur nervtötend. Aber das hier ist schon wieder richtig cool. Boah, toll der Geist. Ja, sowas darf ab und zu auch sein, gerne. Habe ich kein Problem mit. Woa, warum werde ich denn nach vorne gedrückt? Was, werde ich nach vorne eben? Junstein. Und... H bubble-rill예요. Ach, das ist wieder dieser... dieser Baumscheibe, die ich schon mal gelesen habe. Das der jetzt so kann... Okay. Die Dinge sind ziemlich verrückt hier, Zane. Das ist zu erwartet. Du wirst sich selbst zu retten. Die Landschaft reflektiert diese Strecke, aber jeder Schritt nimmt dich näher. Wenn du perseverierst, kannst du die Lucidität, die aus der Dunkelheit schlägt. Jetzt, dass ich wusste, was ich vorhanden war, wurde das Umfeld sogar wilder und strangerer. Als ob es nicht mehr beurteilen war, dass Dinge normal waren. Benzin gefüllt, ne? Und die explodieren, denke ich auch. Ja, ich weiß, von links kam einer. Wo ist er? Da ist die Sau. Die Sau gehört mir. Alter. Ein Schuss, hä? Was war da los? Was ist hier los? Haha, haha. Lad nach, lad nach, lad nach. Au, 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 au. Okay, wow. Leute, ich muss einen Cut machen. Aber erst, nachdem ich diesen Blödmann hier besiegt habe. Und... So, Leute. Ja, ich muss sagen, bis jetzt bin ich ganz angetan von dieser Story. Und sage aber schon mal, bis zum nächsten Mal mit Alan Wake, The Rider.